Es geht weiter. Endlich, ey. Bin schon richtig gespannt. Jawoll! Zack, zack! So. Ach, ach so, ja, Leute. Letztes Mal sind wir wieder nach Hause gekommen. Letztes Mal sind wir wieder nach Hause gekommen. Jetzt geht's direkt hier weiter. Irgendwie scheint es hier so ein bisschen... ...einen Weg zurück, Jane zu helfen. Okay, letztes Mal... Alter, letztes Mal war hier wieder so ein Lichter, ey. Oh, ey. Bestimmt kommt hier... Bestimmt kommt hier gleich wieder irgendwas oder so. Ich sehe es auch schon kommen. Hört es so hoch irgendwie schon. Der ist abgeschlossen, Leute. Es ist mega dunkel. Alter, irgendwas ist hier gewesen. Leute, holy shit. Irgendwas war hier. Ich finde die hier noch irgendwas... Oh. Oh mein Gott, Alter. Komm auf einmal diese Figur her. Oh, cringe. Wir können das Bild aber wieder hinst... ...hinstellen, Leute. Sprinten können wir leider nicht. Wir können ja mal auf den... ...telefon drücken. Äh, hallo? Okay. Na, ich würde sagen... ...easy gehen wir nach oben, Leute. Oder was? Vor allem... ...wann ist der Teddy? Vielleicht springt uns der Teddy an, ey. Ok, da kommen wir auch nicht rein. Voll. Ich habe nur einige von euch... ...eine von euch hatten geschrieben. Sollen wir auf Tab drücken? Wenn man das Ziel sieht. Ok, Janes Tagbuch eintragt, Leute. Irgendwas wichtiges steht da wohl drauf. Oder jetzt Tab drücken. Ah, Leute. Ah, danke. Also ich werde es auf jeden Fall hier kurz pausieren und dann könnt ihr euch das natürlich durchlesen. Oh, Alter. Leute, wir machen mal... Ja, cool. Kommen wir nicht rein, Leute? Müssen wir da irgendwie rein? Oder müssen wir nicht rein? I don't know. Weiß es leider nicht. Wie raus? Auch nicht. Wow. Digga. Gänsehaut geht los. Da kommen wir auch nicht hin. Kommen wir jetzt vielleicht da rein? Auch nicht. Ok, dann versuchen wir mal von rausquellen. Und das was... irgendetwas ist da? Leute, irgendwas ist da... Aber irgendwie kommen wir da nicht hin. Ich hab' auch nicht hin. Holy shit. Guck mal nochmal ob ich jetzt reinkomme. Nein, Leute. Ich hab' keine Ahnung. Ich sag' gehen wir einfach mal nochmal nach unten. Ah, jetzt hat's aufgehört. Pfff, alter Schwede. Leute, ich will nicht mehr. Hab ich das schon mal gesagt? Willst du hier einer von euch weiterspielen? Oh, hier braucht doch irgendwas. Ja, genau. Bilder haben uns auch schon wieder umgefallen. Hä? Warte. Oh, fuck. War das hier unten? Oder war das unten? Oh, okay. Teil eines mysteriösen Fotos. Alles klar. Schon wieder so ne komische Zeichnung. Wie können wir... Ach so, okay. Können wir die irgendwann nochmal zusammenbinden oder so? Zusammenbinden? Hm. Ja, Leute. Keine Ahnung. Das Bild, das fällt irgendwie auch immer ständig um. Da ist immer noch nichts noch. Gehen wir nochmal nach oben. Hä? Kann doch hier sein. Auf jeden Fall haben wir gerade irgendwelche Sounds hier oben gehört. Boah, leck mich am Arsch. Ey, wenn jetzt hier die Alte kommt, ne? Das Ding ist immer noch zu. Was ist hier passiert? Okay, das Ding ist offen, Leute. Woah. Woah, oh. Okay. Gehen wir mal rein hier. Hä? Wo klingelt das hier? Ah, okay. Hallo? Telefon? Leute, wir können nicht abheben. Ich weiß nicht warum. Hä? Oh, es klingelt unten. Es klingelt vielleicht nach unten, Leute. Ja, es klingelt wahrscheinlich hier. Ah, es klingelt auch noch nicht rein. Hier, Leute. Stecken uns mal hier. Oh, es klingelt. Warum kriege ich kein Messer oder sowas? Hier ist auch nicht mehr, ne? Ein Messer zum Abstechen oder so? Oh, es klingelt eine Pistole. Das wäre richtig sick. Können wir auch mal wieder hinstellen. Gehen wir einfach nochmal nach oben gucken. Na, Leute. Wir hätten oben so einen Ball, ne? Oh. Ich glaube, der ist gerade runtergefahren. Alles klar. Ah, Leute. Guck mal hier. Tür ist offen. Cool. War hier gerade Blut? Alter, hier haben wir wohl eine fette, fette Party gemacht. Ist hier noch irgendwas? Was ist denn hier? Was standen hier? Ach so, warte mal. Na ja, können wir ja nichts gucken. Leute, ey. Holy shit. Okay, Freunde. Okay, Freunde. Wasser anläuft, geil. Oh, Moment, ne? Oh, Junge. Wenn uns gleich so eine kleine Puppe anspringt, ne? Oder so. Gehen wir nochmal nach oben, ne? Die Tür ist nicht. Please! Warum ist die Tür jetzt auch immer zubegangen? Ah! Leute, die Tür hier oben ist offen. Cool. Gehen wir aber erstmal hier reingucken. Wow! Okay. Da wollen wir jetzt rein, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Alter Schwede. Ist das in der Ecke? Ist das in der Ecke? Es ist gerade da, Tim! Nein, es ist nichts da. Lol. Wtf. Wtf. Okay, irgendwas ist das in der Ecke. Oh, shit. Oh. Welchen haben wir jetzt zuletzt eingesammelt? Hm? Nie. Was war der nicht? Was war der hier? Ja, ich glaub schon, das war der. Kann dieses merkwürdige Ding Wie wir fahren Nicht mehr aus Irgendwas stimmt mit diesem Haus Es ist an der Zeit Dass Tim mir zuhört Wir müssen etwas tun Ich muss ihn dazu bringen Nach draußen zu begleiten Was? Ich muss ihn dazu bringen Nach draußen zu begleiten Ich muss ihn zum Tempel führen Holy shit Das ist ein Tempel Ich muss ihn jetzt in irgendein scheiß Tempel oder so Mir reicht es schon Dass ich hier so Abgemixt werde Junge Alter Oh mein Gott Digga Alter Perfekte Scheiße Alter Leute Oh mein Gott Oh Leute Ich sehe es ja schon kaum Alter Ja Moin Oh wir sind tot Leute wir sind tot Das war's Ich sehe es ja schon kaum Ich sehe es schon kaum Ich sehe es schon kaum Ich bin tot Ich bin da jetzt rein Okay Okay Oh Leute Leute Alter. Höh? Iiii. Wie ist denn gelandet? Lol. Alter Schwede. Pinhead Rain. Ja Leute, ich würde sagen, wir machen hier einfach nochmal einen Cut. Wir sehen uns, äh, bis wahrscheinlich morgen wieder zur nächsten Folge. Schaltet auf jeden Fall rein. Wenn es euch wie gesagt gefällt, dann würde ich mich super gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.